So, hallo und herzlich willkommen zu Secret Mario Chronicles und wir spielen auch direkt weiter. Nachdem wir in der letzten Folge ja so glorreich versagt haben, müssen wir jetzt einfach mal hier gucken, ob wir das jetzt schaffen. Dieses Level hier. Ich würde mal interessieren, ob man dort oben... Oh, da kommt ganz schön was an gerade. Wie man dort runterkommt, da haben wir ja das in der letzten Folge gesehen, dass man dort offensichtlich runterkommt. Ach, hier kann man lang gehen, okay. Aber ob... Oh, sieht gefährlich aus. Ich trau mich gar nicht so richtig. Ah, da gibt's auch nix. Warum ist denn da die Röhre? Das ist ja sinnlos. Wow. Da komm ich auch nicht hoch, das heißt ich muss wieder hier rüber, okay. Nehmen wir einfach mal so zur Kenntnis. Oh, was war denn das jetzt für eine Aktion gewesen? Okay, hm. Na gut. Man scheint also auch hier nicht auf jeden Block... Ah, das war jetzt dumm. Man scheint also auch nicht auf jeden von diesen komischen Blöcken hier kommen zu können. Ah, genau. Aber lieber hier oben, lange ist es sicherer. Und abzuführen. Gibt mir den Pilz. Ja. Das ist ein schöner Hintergrund hier. Oh, muss ich da springen? Ich hoffe doch nicht. Wow. Alter, was war denn das? Oh, nein. Da waren wir gerade mal so schön weiter und da... Verrecken wir ja einfach mal. Okay. Ciao. Oh, das war's. Oh. 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 Oh, oh. 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 So, dann haben wir uns erst mal das Leben geholt. Damit müssten wir jetzt deutlich entspannter wieder hier an die Sache rangehen können, weil wir jetzt noch nicht gleich wieder Game Over sehen. Es war aber jetzt relativ eng. Dort oben muss es auch noch irgendwas geben, aber das ist die Frage, wie man dort hochkommt. Ich will jetzt aber auch nicht gerade hier runterspringen. Was war denn das? Warum hat das jetzt nicht geholfen? So, hier kam jetzt diese Wolke. Da warte ich lieber mal, bis die wieder weg ist. Ah, das ist ja auch mal fies. Gut, jetzt beim nächsten Versuch wissen wir das. Obwohl er eigentlich so hoch springen könnte, dass er die so überspringt, oder? So, dann gehen wir hier unten lang, holen wir uns die Münzen. Oh, schönes Double Kill gerade hingelegt. Jetzt. Na los, geh rein. Uiuiuiui, knapp, aber was mich hier unten... Oh, oh. Oh. Jetzt. Und den Pilz, den brauchen wir hier, um weiterzukommen. Ach, nö, da war ein Pilz drin, den brauche ich doch. Oder wir gehen dort gar nicht direkt oben lang und gehen einfach direkt weiter. Ah, das war irgendwas mit der Tastatur ja nicht in Ordnung. Gut, ich starte direkt mal neu hier. Das nehme ich einfach mal raus. So. Oh, das war jetzt dumm. Meine Güte, es geht mal auf den Senkel hier, das Level. So, jetzt wird hier mal relativ durch... Jetzt sollte ich gerade sagen, jetzt wird hier mal relativ durchgeheizt und dann... Alter, was war das jetzt? Muss man die Steuerung von diesem Spiel hier verstehen? Oder liegt das an meinem Gamepad? Ach so, mit Action und runter kann ich hier runter. Das ist schon wieder Game Over. Mensch, so kann man sich doch schon fast gar nicht mehr anstellen hier, wie in diesem Level. Etwas mehr Konzentration wäre schön. Bei diesem doch aber trotzdem sehr gelungenen Spiel. Oh, 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 oh. Und jetzt... Oh. Oh. Ah, nein. Ob ich mit der Blume hier diesen... Ah. Diesen Bullet Bill... Besiegen kann. Nee, geht nicht. Hätte mich auch gewundert, um ehrlich zu sein. So. Wir speichern jetzt an der Stelle einfach mal schneller. Damit wir nicht ständig neu anfangen müssen. Oh, ach, die bewegen sich. Ei, ei, ei. Ah, das war jetzt natürlich... dumm. Aber gut, wenn man das weiß... dann kann man hier ganz geschickt einfach ausweichen. Oh, das war jetzt aber Zufallstreffer gewesen. Jetzt möchte ich mir noch gern die Münzen holen. So, irgendwas passiert jetzt hier, irgendwas Schlimmes. Kann ich da sterben an dieser Kettensäge? Ich will es nicht probieren. Ja, wir haben das Level endlich geschafft. Und das speichere ich doch direkt mal. Und weiter geht's an Level 8. Und wieder geht's an Level 8. Oh, mein Gott. Ach, nööööö. Ha. Hm, das sieht nicht so schön aus, was ich da sehe. So. Kann ich hier runter? Oh! Mist. Das war jetzt ein grober Fehler. Na gut. Oh, das war jetzt Glück gewesen. Also ich konnte jetzt hier rund... Oh! Ich sollte aufhören, mit der Renntaste zu springen. Ich glaube, das kommt mir nicht so gut. Oha. Oha. Na? Komm ran auf den Meter. Oh, diese riesen Kanonen, die sind so übel. Man sieht nur immer so spät, wann die kommen. Oh, das passt. Da sind wir nicht gefährdet an der Stelle. Ich kann hier unten auch lang, wahrscheinlich. Aber ich komme dann dafür nicht runter, das ist ja auch blöd. Vielleicht brauche ich mehr Schwung. Jetzt. Was haben wir hier? Was ist das? Jetzt bin ich unsichtbar, oder wie? Oder auch nicht. Hä? Ach so, da bin ich da unten. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Aber was der Pilz jetzt für eine Auswirkung hatte, keine Ahnung. Kann ich hier unten lang? Ja. Kann ich. Oh, das sieht ja nicht gesund aus da oben, wie auch immer man da hochkommt. Wahrscheinlich muss man da irgendwie über diese Pflanze springen. Komme ich da hoch jetzt? Ja, komme ich. Ruhig mit. Oh, das war's aber recht knapp. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir gehen einfach weiter, aus Sicherheitsgründen. Und haben wir das Level geschafft. Wir machen weiter mit Level 9. Aber erst speichere ich einfach mal schnell. Mal gucken, ob uns Level 9 jetzt hier besser gefällt. Oh, okay. Aber oben gibt es irgendwas. Habe ich mir doch gedacht. Oh, das war's Glück. Das war auch Glück. Naja, das war gekonnt, behaupte ich einfach mal. Hä? Ach so, cool. Ein Pilz. Ein Pilz zu haben ist nie verkehrt in meinen Augen. Aber jetzt geht das hier oben lang. Und jetzt hier runter. Und das ist unser Pilz schon wieder weg. Los, komm ran auf den Meter. Los, komm, 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 komm. Warum kann das Ding nicht einfach hier runter? Los, komm, komm, komm. Sprung. Nein, ich hab's doch gewusst, dass da was rauskommt. Ah. Also nochmal auf zum nächsten Versuch. Aber jetzt haben wir das Leben wieder rein. Okay, gut. Wunderbar, klappt. Okay. Okay. So was von mir an so ein Pilz wieder. Das war jetzt aber doch schon Glück gewesen. Man kann aber nicht so gezielt springen hier mit diesem... Komm, 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 komm. Diesmal bin ich gewarnt. Oh, Mist. Nein. Das Leben, das hätte ich so gut gebrauchen können. Oh, 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 oh. Nein. Jetzt habe ich da diese komischen Viecher nicht gesehen. Meine Güte, das ist doch eine Kacke. Ich glaube, ich werde heute auf jeden Fall noch mal ein neues Formel 1 hochladen. Monaco steht ja noch an, das vierte Rennen. Ich glaube, das werde ich heute auch noch dann aufnehmen, heute Abend. Und je nachdem, wie ich Lust dann noch habe, wie ich ja vorankomme in diesem tollen Spiel. Sprung. Also, wenn wir es bis dahin schaffen... Och, nee. Ach, müssen wir uns dann auf jeden Fall an der Stelle das Leben holen. Ich glaube, wir schaffen das nicht dorthin, bis zu der Stelle, wenn ich mir das hier so angucke. Oder wo gab es das Leben? Okay, haben wir das Leben doch geschafft. Puh, Glück gehabt. Jetzt ist die Frage, gehen wir hier wieder hoch? Ja, ich würde einfach mal sagen, ja. Und ich speichere an der Stelle einfach mal schnell. Das kostet uns zwar wieder 3000 Punkte, aber... Wir können jetzt ganz einfach die Stelle wieder laden, bis wir hier durch sind. Weil Lust, ständig Game Over zu gehen, habe ich dann auch nicht unbedingt. Und jetzt muss ich hier runter. Oh, man kann auf die Wolken, scheinbar. Und da ist das Ziel. Ich würde sagen, das Level hier mache ich einfach nochmal, beziehungsweise ich versuche es. Das Level heißt Parzol 3, dort oben dieser blaue Text, das ist der Level-Name. Keine Ahnung, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Oh, es regnet. Muss ja auch mal sein. Wow, da sind wir gleich mal gestorben. Cool. Also gefühlt ist das hier schon schwerer als Mario. Also hier das Vorbild von diesem Open-Source-Spiel. Uiuiui, Glück gehabt. Oh. Das wird aber blöd. Okay, ich probiere es einfach nochmal. Einfach weitermachen. Wir wissen ja, dass es dort einen Pilz gibt. Hier hinten an der Ecke. Oh, 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 ist das kritisch? Ach, fick dich doch, Spiel. Jetzt kannst du das gleich vergessen hier. Ach, wenn ich nach unten drücke, geht der automatisch. Das ist ja auch mal blöd. Das ist sehr blöd, finde ich. Ich brauche die Minzen dringend. Ah, super. Und dann wollen wir unser Leben. Gut. Ist das eine dreckige Kugel. Okay, na gut. Und da ist das Leben auch schon wieder weg. Och, das regt mich doch auf hier, diese Scheiße. Ja. Ah, dass man hier mit runterdrücken automatisch dort runter macht. Das ist so dumm in meinen Augen. Hm, super. Natürlich die Hälfte wieder verpasst hier. Von den Münzen. Aber egal. Wird immer her. Pilz. Was macht der eigentlich hier? Ach, hier unten wahrscheinlich dieser... Ach so, ich verstehe. Das ist das gleiche wie bei Mario, der dieser... P-Switch, wie man so schön sagt. Ach, das ist doch eine... Mensch. Das ist natürlich ein... Ach, ich gehe da jetzt nie hoch, was auch immer es dort gab. So wichtig kann es nicht gewesen sein. Ich schlage vor, ich mache erstmal eine kleine Zwischenspeicherung an der Stelle. Dass wir hier nicht ganz so... Was gibt es hier? Einen Pilz. Den brauchen wir auch dringend. Oh, dort geht es hoch. Ich glaube, ich muss dort hoch. Leben! Oh! 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 Das ist so fies hier. Das ist das Ziel. Das Ziel. Oh! Und bloß rein damit. Cool. Und da würde ich sagen, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge einfach wieder von Secret Mario Chronicles. Und ich sehe euch auch an der Stelle. Tschüss, bis später.